In den meisten Ländern der Welt herrscht Frieden. Konflikte, die es natürlich auch gibt, werden gewaltfrei gelöst. Wie aber leben Menschen dort, wo Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden? Wenn in einem Land 90% Straffreiheit herrscht, ist Gerechtigkeit überhaupt möglich? Für Liss aus Guatemala war es ein langer Weg, aber sie hat es geschafft. Durch ihre Aussage wurden ehemalige ranghohe Militärs verurteilt. Wenn Land nur wenigen gehört, ist ein Leben ohne Armut dann möglich? Samira aus Äthiopien hat ihr Recht eingefordert. Sie ernährt ihre Familie mit ihrem Landwirtschaftsbetrieb auf ihrem Boden. Wenn viele Millionen Menschen auf der Flucht sind, ist ein Zusammenleben in Würde überhaupt möglich? Gérald aus dem Kongo trägt heute in seiner neuen Heimat Ruanda als Journalist zur Verständigung bei. Denn Frieden kann. Und so haben Liss, Samira und Gérald es geschafft. In einer Selbsthilfegruppe lernte Liss, über das er lebte im Bürgerkrieg zu sprechen. In Archiven fand sie Informationen über ihre vermissten Angehörigen. Unterstützt von Menschenrechtsorganisationen, ging sie vor Gericht. Samira lernte in Dialoggruppen, ihre eigene Meinung zu äußern und ihr Recht einzufordern. Mit juristischer Begleitung konnte sie ihre Landtitel erwerben. Mit weiteren Familien überzeugte sie die Gemeindevertretung, Landbegrenzungen zu markieren. Gérald lernte in Medientrainings, differenziert über das Leben im Camp zu berichten. Lokale Medien verbreiteten seine Geschichten, die zu gegenseitigem Verständnis zwischen den Geflüchteten und den Gemeinden beitragen. Liss, Samira und Gérald sind drei von vielen Menschen, die in Konfliktregionen leben. In ihren Ländern fehlen oft Möglichkeiten, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Lokale Organisationen und Unterstützung von außen können ihnen dabei helfen, sich für Frieden einzusetzen. Anne ist Psychologin aus Deutschland. Sie unterstützt Liss und ihre Gemeinde bei der Aufarbeitung ihrer Gewalterfahrung. Josef, ebenfalls aus Deutschland, ist Accra-Ingenieur und Mediator. Er berät Samira und ihre Gemeinde bei der Landverteilung und Nutzung. Rosalia ist Journalistin aus Spanien. Sie bildet Gérald und andere Campbewohner aus, konfliktsensibel zu berichten. Anne, Josef und Rosalia sind drei von über 100 ausgebildeten Fachkräften des Zivilen Friedensdienstes, die sich weltweit langfristig und gemeinsam mit den Menschen vor Ort für eine gewaltfreie Lösung von Konflikten einsetzen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Der Zivile Friedensdienst ist ein weltweit tätiges Programm, das Gewalt verhindern und den Frieden fördern will. Die GIZ bildet mit acht deutschen zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Friedens- und Entwicklungsorganisationen ein Konsortium. Gemeinsam setzen sie den ZFD um, der vom BMZ finanziert wird. Heute leitet Liss eine Theatergruppe. Eines ihrer Stücke erzählt ihre Geschichte. Das hilft ihrer Gemeinde, die Vergangenheit anzuerkennen und daraus zu lernen. Samira vermisst und kartografiert heute selbst Parzellen und entwickelt Konzepte zur gemeinschaftlichen Nutzung der Ländereien. Dadurch werden Konflikte um Land vorgebeugt. Gérald ist jetzt Zeitungsredakteur. Seine Artikel berichten vom Leben der Geflüchteten und Einheimischen. Diese begegnen sich dadurch mit weniger Vorurteilen und treten in Dialog. Zusammenleben gestalten. Weltweit. Gewaltfrei. ZFD kann.